Schichten aus dem Bollornergarten. Schichten aus Paulseimgarten. Was mein Sack. Für den Prime Sack hätte ich gerne noch... Finanzielle Beratung. Finanzielle Beratung? Ja, natürlich. Das heißt? Das heißt... Nein, Quatsch. Auch gerne finanzielle Beratung. Ich gönne einen, also... Ehren. Bei mir der richtige Ansprechpartner. Finanzielle Beratung ist immer gut. Ja, aber das ist voll. Oh, das ist weg. Und es ist weg. Schön. Mikrofon activated. Schön, wunderbar. Ello, du hast alle gekillt? Wie? Ja, was jetzt? Nein, wir haben alle Aufgaben gemacht. Nein, wir haben die beatet. Komm in die Gruppe. Komm jetzt in die Gruppe und verdiene. Porsche Cayman Edge, Junge! Nein, ein Einkaufswagen. Einkaufswagen sind besser. Ja. 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 KlimaENCE also ich weiß nicht ob ihr das gerade gesehen habt, aber als ich von dem Redaktor weggegangen bin... stand der Ben auf... äh, nicht Ben... ähm, Henrikofen auf dem Ben! Ich habe nicht gesehen, dass man durchgegangen ist. Aber du standst auf einmal genau auf dem Wend. Ja, du bist... Immer stehe ich angeblich auf dem Wend. Ich komme darauf nicht klar. Nee, nee, nee. Also, Ende ist 100% proofed. Aber du hast gerade einen ganz komischen Move gemacht. Wir waren alle zusammen. Du hast dich immer wieder verpisst. Und dann waren Türen zu. Also, für mich ist das Ding klar. Ja. Ich habe mich verpisst. Die Türen ging zu. Ich war gerade bei euch. Nee. Eben nicht. Ach, Digga. Junge, ich war halt echt. Aber ich habe die Tür nicht zugemacht. Ach. Schöne Runde, schöne Runde. Detective Paul regelt wieder. Oh, nee. Wie ich das hasse. Bip. Nein. Bip. Nein. Bip. Bip. Nein. Bip. Nein. Bip. Bip. Warte. Bip. Oh, bin ich gut, Alter. Warum macht er keine Oxygen? Ah, jetzt. Nein, Josie. Nein. Oh, man. Bip.